schönen guten morgen wünsche ich 9 uhr 29 wir sind ein bisschen früher da aber wir sind da um die anderen abzuwarten damit sie auch ankommen ja ich sehe schon ich bin schon da und es sind schon ja einige da ja wir sammeln uns auf jeden fall okay ich stoße mal an also prost heute habe ich wieder vanille kaffee ist mein lieblings sorte hier ja also hier sind schon auch in den kommentaren einige ich habe jetzt nicht gesehen wer zuerst aber wegen dem kaffee ich musste trinken ja hallo oder geld oder geld guten morgen ja ich glaube wir können beginnen weil wir sind schon einige da die meisten sind schon hier also ich wünsche noch mal einen sehr schönen guten morgen an alle wenn ihr aus dem fenster schaut wenn ihr in ungarn seid an ein in einigen regionen es hat geschneit tatsächlich und ja es sieht sehr schön aus aber wie schon gestern erwähnt vorsicht beim fahren aber dazu kommen wir auch gleich leider gut wir fangen mit den zahlen an mit den corona zahlen wir haben eine gesamtzahl heute in ungarn von 345.710 das bedeutet es sind 1358 neue infektionen seit gestern wir beklagen 10.948 tote das sind 95 neue tote zu gestern leider aktive fälle liegen bei 119.309 personen im krankenhaus werden 4870 personen da liegen so viele personen und beatmet sind gerade 339 personen im krankenhaus in quarantäne sitzen 25.856 personen und insgesamt wurden 2879 364 test durchgeführt also man sieht also die zahlen senken sich schön langsam wir hoffen ja das beste dieses jahr der euro kurs liegt heute ein bisschen weniger wie gestern 358 forint pro euro trotzdem ganz gut also wer euro hat kann heute auch noch ganz gut eintauschen also wir beginnen mit den news aber zuerst ein schluck kaffee ich hoffe ich hoffe alle haben ihren kaffee dabei und wir können dann auch loslegen wir haben auch wir fangen heute an wieder mit was polizistischem sozusagen weil es wurde wieder jemand gefasst und zwar eine betrügerin und ich habe hier ein ausschnitt vom video von der ungarischen polizei wo die diese junge dame sozusagen gerade weg geführt wird sie ist eine betrügerin und sie war in den letzten einem jahr tätig also sie hat viel viel da gemacht sie ist nur 23 jahre alt unglaublich jünger als ich und trotzdem betrügerin sie hat auch keine arbeit sie hat ihr geld alle alle ihr geld von an der betrügerei bekommen und zwar hat sie beim online verkauf viel betrogen also da hat sie leider naive menschen ja hat sie dann betrogen und ja für diese vorbezahlten gegenstände hat sie hat nicht verschickt also sie hat sagen wir mal auf facebook ein irgendwelche utensilien ja gezeigt und dann wurde das vorbezahlt aber ja die wahl ist nie angekommen leider ja und der größte fall also der größte einzelbetrug den sie gemacht hat das war von 150.000 forint im wert das sind circa so 410 euro da hat ein mann ein fahrrad gekauft wollte ein fahrrad kaufen und hat das geld vorher überwiesen also das zeigt auch vorsicht denn es gibt solche sachen lieber bar bezahlen in person wenn man auch den gegenstand den man kaufen will auch sieht und ja ein 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 treffen ist auch immer besser da jetzt in der corona zeit natürlich mit abstand und maske aber sonst nie vorbezahlen vor allem nicht bei gebrauchten gegenständen bei second hand ist das immer so gefährlich und ja jetzt bleiben wir auch ein bisschen beim betrug wir sprechen noch ein bisschen über diese frau sie hat insgesamt mehr als eine million vorhin schaden verursacht also schaden für andere aber für sie profit das sind 2800 euro circa also in kaum ein jahr ist das auch ganz gut für sie aber ja sie wurde gefasst und sie wird jetzt verhört und ja sie wurde verhaftet aber wie gesagt also diese betrugsfälle sie sind sehr sehr oft jetzt auch vor allem in diese internet verkaufssachen in second hand sachen und da muss man auch wirklich aufpassen es gibt ja gestern habe ich gehört die die mutter meiner freundin sie ist fast auch in sowas eingetappt weil da hat tesco die große ja alle kennen tesco hat einen iphone gewinnspiel gemacht da musste man einfach e mail adresse angeben und sie hat auch die e mail adresse die hatte auch ein e mail bekommen sie hat das iphone gewonnen sie muss nur 300 forint bezahlen das ist die post also die kosten für 300 forint ein iphone ich habe da sofort gecheckt ob da auch was stimmt und tesco hat auch gesagt vorsicht mit diesen spielen jemand im namen von tesco macht solche betrüge also betrugs gewinnspiele das ist nicht wahr immer wenn ihr eine e mail adresse seht oder einen namen findet oder einfach irgendwas irgendeine information einfach in google eingeben bisschen recherchieren meistens kommt man in zwei minuten drauf dass das ein betrug ist und ja also vorsichtig bei solchen sachen also beim kauf und bei dem gewinnspielen aber jetzt ist noch mal alles gut gegangen und ja kaffee drauf wie ich sehe sind so immer mehr da alles klar okay ja wir gehen dann ein bisschen weiter wie gesagt ich muss auch ein bisschen über unfälle sprechen gestern haben wir ja gesagt dass es wegen dem nebel wegen den rutschigen straßen auch gefährlich wird und es war leider auch zu erwarten dass es einige unfälle auf ungarn straßen schon gab gestern und heute morgen auch zum glück haben wir noch keine tödlichen fälle gelesen aber ja wir lesen ich habe ja auch nicht alle gelesen also es kann auch dazu kommen aber glücklicherweise habe ich jetzt keine todesfälle für euch aber auf der hauptstraße 1 bei saarlige das liegt bei totobahn da ist ein auto in den graben gefahren auf dem dach stehen geblieben über den fahrer gibt es keine info ob wie schwer er verletzt ist bei der ausfahrt niederichhase autobahn m3 sind drei pkws kollidiert zwei leicht verletzt worden und sie sind ins krankenhaus gebracht worden und ein lkw und ein pkw auf der hauptstraße 4 bei uifeherto sind auch kollidiert da gibt es auch keine infos über verletzungen ein transporter und ein pkw sind bei matras and imre auch kollidiert und da gibt es dann auch leider schon auch drei verletzte also wie ihr seht dass sie meistens sind dass die rutschigen straßen oder nicht genug abstand das waren die haupt haupt verursacher dieser unfälle also also wie ich sage das immer aufpassen weil mit ein wenig konzentration mehr da kann man auch viel verhindern also aufpassen auf diesen rutschigen straßen vor allem jetzt im schnee oder im schneeregen ist auch gefährlich also aber wie gesagt wir gehen weiter und zwar spar moja rosa bekommt bußgeld weil ich musste das mehrmals durchlesen ich verstehe das nicht so gut diese business sachen aber ich habe es für euch herausgesucht also spar hat lief in den lieferverträgen gab es die info dass fünf lieferanten also spar hat bei fünf lieferanten nachträglich unbegründeter bonus verlangt und das wäre nur dann gesetzlich okay wenn da in der zusammenarbeit mehr leistung also umsatzerhöhung kommt aber das war nicht der fall und das war auch ein nachträglicher bonus verlangung und deshalb und insgesamt hat dann spar moja rosa 75 millionen vorint schaden also circa 209.000 euro schaden verursacht und sie müssen müssen jetzt 80 millionen vorint bußgeld zahlen also 223.000 euro also wie gesagt ich habe jetzt das nicht so gut verstanden diese mit dem verträgen und so aber vielleicht versteht jemand diese lieferanten sachen diese partnerschaften besser vielleicht habe ich was falsches gesagt ich hoffe nicht aber ja das ist also der 80 millionen bußgeld muss jetzt spar dafür bezahlen ja also wie gesagt wenn es den experten gibt hier in den kommentaren wir hören uns dann gerne an wie die protokolle von diesen sachen so laufen okay so leider wird der benzin wieder mal teurer diesel geht um drei forint hoch und benzin geht mit sieben forint hoch also seit hier ersten januar war ja der erste die erste erhöhung da war diesel um zwei forint teurer und benzin um 44 forint teurer aber jetzt ab heute wird es dann noch teurer also wie gesagt diese drei forint benzin sieben forint und das wird dann auch wirklich dann sehr sehr teuer also durchschnittlich wird dann bei diesel 396 forint und bei benzin 377 forint also das sind sehr durch eine durchschnittliche zahlen weil wir wissen irgendwo ist es teurer irgendwo wird es später teurer aber hier bei hier in jür ist es schon zu spüren aber ja bei autobahnen zum beispiel ist es wesentlich teurer das ist ja immer teurer ja also benzin wir wurde jetzt ab heute sehr teuer gut die das schloss in radskerbe auch das savoyen schloss also dieses ich rede von diesen hier das wird jetzt touristisch erneuert das hat man jetzt entschieden man sieht hier auch dass hier sehr viel business gemacht wird und gesprochen wird und dieses schloss wird dann zu einer touristischen attraktion verschönert renoviert und da weiß man nicht wie von wie viel geld von welchen geldern und und in wie vielen jahren das fertig wird aber das wurde jetzt entschieden und wir hoffen dass wir darüber auch mehr infos bekommen ist auch wirklich ein sehr schöner ort und für ungarn deshalb auch besonders weil da vor ein paar jahren auch ein ganz guter film gemacht wurde und zwar zimmer feri das ist so ein wortspiel im deutschen zimmer frei der heißt jetzt zimmer feri und der erste teil des films war am balaton also so der hatte er und seine familie also dieser zimmer feri sie hatten ja auch so einen einen eine pension am balaton und da haben die mussten sie wollten ja die deutschen touristen da rein weil sie haben das geld und ja das ist so eine komödie über diese ungarische sache also deutsche kommen am balaton an und dann haben sie geld und so ist wirklich witzig vielleicht hat auch jemand das hier gesehen sehr sehr gut dafür haben und das hat auch einen zweiten teil viele sagen das nicht gut geworden ja aber viele sagen auch dass die zweite zweiten filme sind nie gut aber wir fanden das super wir haben das auch schon mehrere mal gesehen und das spielt dann wirklich hier in diesem schloss ich zeige es noch mal also das ist in diesem schloss im film ist das ein hotel was zimmer feri und seine familie kaufen für ich weiß nicht so ein paar hundert oder paar tausend euro und darüber aus dem hotel machen und ja das ist da gibt es dann geister und so ist wirklich ein sehr witziges sehr witziger film petra schreibt schon sie hat zimmer feri gesehen wirklich ein sehr guter film ich weiß nicht ob das da auch in deutscher sprache gibt aber der titel gibt es auf jeden fall irgendwo also wenn ihr es doch nicht gesehen habt auf jeden fall angucken ist wirklich zum lachen und ja einer der besten film in ungarn denke ich mal und wie ich sagte schon ich denke beide also 1 und 2 sind auch gut aber ja das muss man halt selber entscheiden ja also das wird jetzt touristisch erneuert ja und zimmer feri ist auf youtube sogar das kann der ganze film also ja danke markus noch mal für den link ihr findet es da wenn ihr lust habt heute ja raus kann man ja nicht so in den schnee also zimmer feri angucken ja also die ungarischen firme finde ich sehr gut es gibt ja auch nicht so schöne nicht so gute und ja es gibt diese stereotypen dass das ungarische firme alle scheiße sind ich finde das nicht ich finde dass es sehr gute firme gibt in ungarn und wir hoffen es gibt nur dann noch welche die bald kommen ja okay also wir haben da noch ein hund für euch genau und zwar ist das der dag dieser kleine wuschelige kerl ist kaum ein jahr im märz wird er nur ein jahr alt und er ist geimpft und gechippt und er ist eine rüde also ein mischlingsrüde sehr sehr neugierig und sehr sehr abenteuerlustig also auf dem sofa sitzen mit ihm kann man auch aber nicht so lange weil er möchte rausgehen entdecken buddeln spielen also man braucht auch aktive dynamische menschen um ihn herum ist auch sehr gut mit kindern also er wünscht sich auch eine schöne reiche für also also familien reiche umgebung sozusagen und ja wenn wenn ihr mehr über dark wissen möchtet der artikel über ihn ist schon auf unserer webseite und da könnt ihr dann alle infos über ihn lesen und ja und da gibt es auch alle kontakte infos genau noch einen schluck kaffee ja heute habe ich ein bisschen mehr gemacht extra damit damit es auch bis zu ende der sendung aushält ja hier gibt es eine frage ich fahre am ende januar nach ungarn muss ich meine einreise online anwenden ich fahre nach hause österreich fahr ich durch leider weiß ich nicht so viel über diese grenzsituationen wie sven da werden wir noch vielleicht eventuell wenn es was neues gibt ja berichten und und vielleicht artikel schreiben damit auch alle wissen wie diese einreise raus ausreise und so geht also wie gesagt ja sven weiß das besser und wir haben hier ein witz von ludwig ungarischer witz im familien foto album blickt sie auf das hochzeitsbild ihrer eltern mama warum warst du in weiß gekleidet das ist weil weiß die farbe der freude und glück dann kann ich sehen warum papa schwarz trägt das ist gut danke ludwig für den witz ihr könnt denn hier in den kommentar lesen er hat das sogar auf ungarisch hier gepostet und ja da könnt ihr also in beiden sprachen diesen witz lesen und ein bisschen dazulernen mit witzen kann man sehr einfach sprachen lernen oder und das ganz interessant weil jetzt kommen wir jetzt kommen wir zu meinem witz ich habe nämlich auch eins gefunden ich habe einen blonden witz ich weiß dass es nicht so nett dem blonden gegenüber aber ich habe nichts gegen blonde ich denke nicht dass sie alle dumm sind und so aber das ist halt dieser witz stereotyp dass die blonde ja also zwei blonde unterhalten sich was machst du ich wasche meine haare aber ohne wasser na klar auf dem shampoo steht doch für trockenes haar ich fand den ganz lustig also heute mal so ein kurzes aber ludwig hat ja auch ein bisschen längeres gepostet wir können ja diese witz sachen behalten am ende der sendung lachen wir noch mal einen und dann dann gibt gibt es gibt es ja den den schwung in den tag sozusagen leonore sagt vorsicht ich bin blond ja wie gesagt ich habe nichts gegen blonde es ist halt nur so dass in witzen die blonde so sind also wir müssen was anderes erfinden oder ja aber wir möchten doch niemanden damit ja wie sagt man ich vergesse manchmal deutsche wörter aber ihr wisst was ich meine also wir haben nichts gegen niemanden und wir denken auch nicht dass jemand wegen seiner haarfarbe dumm ist ja also der ist gut peter lauer hat das jetzt auch geschrieben ich finde ich den auch ganz süß vielleicht können wir sogar so ein ich weiß nicht so ein post machen ihr euer lieblingswitz vielleicht wenn ihr sowas habt egal ob ungarisch oder deutsch oder übersetzt oder einfach ein eigener witz vielleicht habt ihr hat hier jemand an seinen eigenen witz schon mal geschrieben oder es gibt solche witzschreiber das finde ich immer so gut traum oder ja aber wir werden sehen vielleicht machen wir dann auch ein post darüber und ja vielleicht denken wir mal darüber nach was der gewinner so bekommen könnte oder also damit der beste witz gewinnt irgendwas das muss ich noch mit sven absprechen vielleicht guckt er jetzt so und sagt nee junge wir machen solche sachen nicht keine gewinnspiele aber wir werden sehen ja klaus stefan sagt mir fehlt das schöne essen aus ungarn ja das kann ich verstehen also immer wenn ich auch nicht zu hause bin dann dann geht es mir auch so dass das viele sachen fehlen natürlich aber das essen ist immer so besonders in ungarn oder und da trinken wir auch immer an an die schönen ja die die schönen paprikas die schönen salamis die das schöne speck kohl bars und ja da haben wir was haben wir auch noch bogratz und deshalb warte ich schon lange lange auf das schöne wetter weil ich mag es einfach mit freunden in einem garten zu sein und den bogratz einfach den kessel aufs feuer legen und dann und was schönes kochen darüber haben wir auch ein video ich weiß nicht ob ihr das gesehen habt das hatten wir schon vor ein paar monaten da war es ja noch schönes wetter und da habe ich ein video gemacht dass wir mit freunden pinze pöhrkült also wie hieß das also einen eintopf gemacht haben kellereintopf sozusagen pinze pöhrkült das mit kartoffeln und viel gemüse natürlich kohl bars und den video gibt es dann auch auf unsere webseite auf ungarn tv aber wenn ihr wenn ihr kessel oder 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 keller kellereintopf pinze pöhrkült sowas eingibt in die suche dann findet ihr es bestimmt ja gut ja der witz hat es auch schon einigen gefallen das freut mich ich will ja auch keine witze erzählen die niemanden gefallen also ich suche das immer vorsichtiger raus stundenlang suche ich den witz aber ich suche also ich sage ja nicht immer den witz den ich zuerst finde sondern ich suche dann auch schon ja also das waren die infos für heute morgen bin ich auch noch dabei und ich habe schon einige sachen für euch morgen und morgen haben wir sogar eine überraschung vor hier war eine ja ich sag mal so eine kleine deko überraschung also so viel darf ich sagen und wenn ihr wenn ihr das sehen wollt wenn ihr wissen wollt was es ist dann auf jeden fall morgen um 9.30 auch anschalten auf facebook oder auf unsere webseite oder wo auch immer und wir sind ja auch immer auf youtube aber dann nicht live sondern da kommt es dann nachträglich aber also wenn ihr diese überraschung wenn ihr darauf ja wenn ihr wissen wollt was das ist dann auch morgen anschalten es wird ganz interessant denke ich mal so eine kleinigkeit aber trotzdem was besonderes für uns für euch ich denke das wird euch gefallen ja monika schreibt kochen ist gut viele hier wissen es genau genau ein ungar muss man auch kochen also gute hoch im restaurant zu gehen aber diese guten ungarischen essen kochen zu lernen ist doch ein muss finde ich weil da kann man das auch immer überall machen deko hey kommt endlich ein toller hintergrund vielleicht oli fragt ob ein toller hintergrund kommt vielleicht aber vielleicht auch nicht ich sag nur so viel deko das wird euch bestimmt gefallen also ich verabschiede mich also wie gesagt heute ist es dann noch ein bisschen schnee ich und schnee regnerisch im land vor allem im norden und nordwesten also aufpassen aber wenn ihr keine programme habt für heute dann ziemlich angucken also wie wir gesehen haben und der ganze film ist ja auch auf youtube ich weiß nicht ob es untertitel auf deutsch gibt aber bestimmt irgendwo im netz gibt es dafür untertitel ja vielleicht zeige ich euch auch morgen oder in den nächsten tagen so die solche klassischen ungarischen filme die man ansehen muss wenn ihr daran interessiert seid natürlich und ja wir werden sehen also wie gesagt morgen haben wir eine kleine überraschung für euch und dann sehen wir uns um 9 uhr 30 dann passt auf euch auf sie hast doch tschüss auf wieder